24 Tage, 24 Experimente. Viel Vergnügen dabei! Guten Tag! Heute werde ich euch eine Geheimtinte vorstellen. Das Rezept stammt von der CIA. Als Geheimtinte wird eine Eisen-3-Chlorid-Lösung verwendet. Da diese leicht gelblich gefärbt ist, verwende ich ein Papier mit einem höheren Holzanteil, das ebenfalls schwachgelb ist. So erscheint die getrocknete Geheimtinte unsichtbar. Laut Rezeptur kann die Botschaft durch Übertupfen mit einer Thiosulfat-Lösung sichtbar gemacht werden. Und tatsächlich, es funktioniert. Hier entsteht übrigens der rote Tri-Aqua-Tri-Thio-Ciano-Eisen-3-Komplex. Die Botschaft kann wieder unsichtbar gemacht werden, wenn Ammoniak-Dämpfe auf den roten Komplex einwirken. Aus dem roten Komplex entsteht dabei das schwachgelbliche Eisen-3-Hydroxid, das auf diesem Papier unsichtbar erscheint. Die Botschaft kann auch jetzt noch sichtbar gemacht werden, durch das Einwirken von Chlorwasserstoff. Die Botschaft kann auch jetzt noch sichtbar werden, durch das Einwirken von Chlorwasserstoff. Die Botschaft kann auch jetzt noch sichtbar werden, durch das Einwirken von Chlorwasserstoff. Die Botschaft kann auch jetzt noch sichtbar werden, durch das Einwirken von Chlorwasserstoffstoff.